Meine Lieben, hello, hello, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ein ganz spontanes Video für euch. Ich habe gerade mit zwei Freundinnen gesprochen, die gesagt haben, Heidi, es macht auf jeden Fall Sinn, darüber zu berichten, zu erzählen, was passiert ist. Ich habe mich verletzt. Es soll als Warnung dienen, tatsächlich, dieses Video. Ich wollte nicht darüber berichten, weil ich mir gedacht habe, komm, da gibt es bestimmt dann einige, die mir das nicht glauben. Ich meine, abgesehen davon, dass der Notarzt mir das auch nicht geglaubt hat, am Ende dann schon. Wir hatten einen sehr guten Draht dann. Aber letztendlich haben die Mädels gesagt, Heidi, mach das. Es macht auf jeden Fall Sinn. So kann man bestimmt verhindern, dass das vielleicht nochmal jemand anderem passiert, weil man da überhaupt nicht dran denkt, dass sowas passieren könnte. So, jetzt habe ich in Rätseln gesprochen. Ich fange an, ich erzähle es euch. Nehmt euch was zu trinken. Ihr wisst, ich als kleine Italienerin hole immer ein bisschen aus, aber ich möchte es ausführlich erzählen oder erklären, weil ich dann immer denke, vielleicht kommt es nicht verständlich rüber. Aber ich verspreche euch, dass ich mich kurz fassen werde. Ja, noch eine kleine Triggerwarnung übrigens vorab. Ich werde die Bilder einblenden von der Verletzung. Also für alle die, die kein Blut sehen können, werde ich es so machen, dass ich euch einfach dann hier die Zeit einblende, zu der ihr dann vorspult. Damit ihr zwar mitbekommt, was passiert ist und eben das besser macht als ich, im besten Fall, ja. Damit ihr nicht diese Fehler macht. Von einem Fehler habe ich übrigens gewusst, das war mir klar, aber ich hatte meine Gründe, warum ich es mache. Aber eine Sache wusste ich eben nicht. Natürlich dazu eben jetzt gleich mehr im Video, sodass euch das nicht passiert und ihr könnt dann vorspulen. Ihr seht kein Blut, hört aber die Geschichte, ja. Also, ich habe vor einem Jahr mein Patenkind eingeladen. Habt ihr gesagt, ob sie nicht mal mit in den Zoo möchte. Hat sich total gefreut. Dann konnten wir uns jetzt natürlich ewig lange nicht sehen. Also über ein Dreivierteljahr haben wir uns nicht gesehen. Ich habe sie sehr vermisst, aber die Zahlen sind ja jetzt zurückgegangen. Ja, wir haben uns als Familie tatsächlich sehr zurückgehalten, irgendwelche Ausflüge zu machen, irgendwas zu erleben. Und jetzt kam der Zeitpunkt, dass es wieder erlaubt war oder ist vielmehr. Ich habe Tickets gebucht und habe mich schon sehr, sehr auf diesen Tag gefreut. Ihr wisst ja, dass der Liam Tiere liebt. Und deshalb habe ich gedacht, Mensch, sein erster Zoo besucht, es wird was ganz Besonderes. Es wird bestimmt total schön. Und wie gesagt, ich habe mich auf diesen Tag gefreut. Ich habe mich dann mit meinem Patenkind um 13 Uhr hier bei uns verabredet. Jetzt war aber am nächsten Tag Feiertag, wieder kurz vor knapp. Denkst du dran, scheiße, ich muss da noch ein bisschen was einkaufen. Also bin ich losgefahren und habe noch Großeinkauf gemacht. Also bei uns ist ja immer gefühlt Großeinkauf. Jedenfalls war schon mal der erste Fehler oder ist tatsächlich grundsätzlich mein Fehler, dass ich alles schnell, schnell mache. Alles da noch schnell hin, da noch schnell hin, das noch schnell erledigen. Ja, und somit eben noch ganz schnell zum Einkaufen gefahren. Kurz vor knapp alles gekauft, hochgetragen, das ganze Obst gewaschen, wie es so ist, wenn man so einen Ausflug macht. Kühltasche vorbereitet, alles dann abgetrocknet, in die Kühltasche gepackt. Pfirsiche, Trauben, was habe ich alles gekauft. So, und der Großeinkauf, der muss dann natürlich auch noch verräumt werden, ist klar. Und dazu räumt man ja eigentlich immer alles aus dem Kühlschrank raus, schaut, was zuerst noch verwertet werden muss, wischt den Kühlschrank durch, also so mache ich es und räumt dann alles wieder rein. Ja. Dann war es so, dass da noch eine Taco-Scheibe lag, in der Verpackung, in der Plastikverpackung. Also ihr wisst schon, ne? Taco, die Dinger, die man dann rollt, zu einem Wrap. Jetzt war das aber im Kühlschrank, war dementsprechend steinhart. Also habe ich mir gedacht, das ist eh kein Mensch mehr, das kann weg. Nehm die, also nehm den Taco aus der Plastikverpackung, pack die Plastikverpackung in die Speise, in den gelben Sack, nehm den Taco und pack ihn natürlich in den Biomüll. Und mach exakt diese Handbewegung mit rechts, also so richtig mit Schwung nach vorne, will den zerdrücken, weil er ist ja recht groß, ne, damit er reinpasst. Mach diese Handbewegung und der zerspringt, ist natürlich steinhart. Und mit diesem Taco, ob er es mir glaubt oder nicht, habe ich mir quasi hier die Hand oder den Finger vielmehr einmal aufgeschnitten. Ja. Das war definitiv die falsche Handbewegung. Der Max, der stand neben mir am Waschbecken, hat sich sofort umgedreht, der kann nämlich kein Blut sehen, hat ein Liam gepackt und meinte, okay Mama, sofort ins Krankenhaus. Ja, mittlerweile war es aber 10 vor 1, wie gesagt, um 1 war ich verabredet. Genau, erste Reaktion, ich habe Wasser drüber laufen lassen und ich hatte nebendran noch zwei weiße Socken. Ich hatte vorher weiße Wäsche noch zusammengelegt. Da waren aber kleine Löcher drin und die verwende ich total gerne nochmal, um das Waschbecken sauber zu machen. Also die kommen dann weg. Und deswegen lagen da diese zwei frischen Socken noch, die aber nicht zusammengepasst haben. Jedenfalls, ja, habe ich dann diese Socke genommen und habe die ganz, ganz fest dran. Also ich habe die so um den Finger drum gewickelt und habe ganz fest mit der anderen Hand gedrückt. Und dann habe ich den Lissandro darum gebeten, dass er noch den Rest vom Einkauf in den Kühlschrank packt und habe mich ganz kurz hingesetzt, weil ich schon gemerkt habe, dass es mir sehr schwindelig wird. Es hat auch echt verdammt weh getan. Vor allem so dieser Schock, ne, so, hä, was, wie, hä, wie jetzt an einem Taku, das kann ja jetzt nicht wahr sein, ne, das ist so ein schlechter Scherz hier gerade, außerdem kurz vor eins, hä, was ist denn jetzt los? Naja, da habe ich mich ganz kurz hingesetzt, der Max ist geflüchtet. Zudem habe ich übrigens gesagt, dass er nicht seine Rolle übertreiben muss. Der war da jetzt völlig hysterisch so, also nicht hysterisch, das ist übertrieben, okay, jetzt kommt gerade wieder das Italienische durch. Nein, er war schon sehr, ähm, beunruhigt, ne, so, sagen wir es so. Ist ja eigentlich auch schön, dass er da so, äh, ja, mich wahrnimmt und meine Verletzung. Jedenfalls war er kurz draußen mit dem Liam auf dem Arm und ich habe schon den Liam gehört, wie er die ganze Zeit die Alessia ruft. Also war mir klar, okay, die kommen gerade an, mein Patenkind und die Mama von meinem Patenkind. Da dachte ich mir, scheiße, das ist jetzt alles nicht wahr hier, ne, so. Genau, und das ist eben schon mal der Fehler gewesen, dass ich quasi nicht sofort zum Arzt gegangen bin, ne. Aber für mich war das so, nee, das wird schon, ähm, ist jetzt nicht so schlimm, es war schon schlimm. Aber ich dachte, ach komm, das verhalte ich von alleine. Schwachsinn, ne. Aber ich wollte halt einfach diesen schönen Tag genießen. Ich habe mich da drauf gefreut. Ich wollte, ähm, mein Patenkind nicht enttäuschen und den Liam auch nicht. Wobei der das natürlich gar nicht so richtig, äh, versteht. Wären wir nicht in den Zoo gefahren wären, wären wir nicht in den Zoo. Fertig. Schluss aus. Aber ihr kennt es bestimmt. Also man möchte dann doch, ja, am besten da weitermachen, wo man aufgehört hat. Aber jedenfalls wäre mein Patenkind auch nicht böse gewesen. Um Gottes Willen, die hätte das sofort verstanden. Also die ist so herzallerliebst. Und vor allen Dingen ging es auch nicht um die, um den Betrag, den ich da jetzt schon überwiesen hatte. Und den ja quasi verloren hätte, ne, für die Eintrittskarte. Darum ging es auch überhaupt nicht. Ich habe mir das in den Kopf gesetzt. Wir fahren jetzt in den Zoo und fertig. Da kommt jetzt nichts dazwischen. So, und dann bin ich gefahren nach Frankfurt. Es sind, ja, wie lange sind wir gefahren? Eine Stunde 15 ungefähr. Das ist schon ein bisschen entfernt. Und es war auch sehr, sehr heiß an diesem Tag. Das kam auch noch dazu. 27 Grad, ne. Eine Woche erstmal Regen. Und dann der heißeste Tag. Wir direkt im Zoo und ich mit dieser Verletzung. Ich habe dann aber so eine Schonhaltung eingenommen. Also ich habe natürlich versucht, das auch so zu verstecken. Wollte natürlich auch nicht, dass mich da so jemand sieht, ne. Und, ja, wollte auch nicht, dass mein Patenkind das so die ganze Zeit sieht. Ich habe auch nicht gejammert. Kein einziges Mal. Es hat schon verdammt weh getan. Aber ich meine, ich bin ja selber schuld. Ich bin ja selber schuld. Es hat mich keiner gezwungen, in den Zoo zu gehen. So. Und der Fehler war einfach der noch dazu, dass ich meinen Ehering oder meine Eheringe, ich habe zwei, nicht sofort abgenommen habe. Aber in dem Moment habe ich da überhaupt nicht dran gedacht. Vor allen Dingen, weil ich ja gedacht habe, ach, das wird schon wieder, ne. Die Schwellung, das ist ja nichts. Das geht schon wieder zurück. Vor allen Dingen, über diese Verletzung dann noch diese beiden Ringe zu ziehen, das wäre mir im Traum nicht eingefallen. Das war einfach viel zu schmerzhaft. So. Meine Eheringe wurden beide aufgeschnitten. Dazu aber später mehr. Ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Film, als der Arzt mir das gesagt hat. Jedenfalls waren wir dann da noch im Zoo. Und wir haben dann kurz Pause gemacht. Ich hatte ja ganz viele tolle, leckere Sachen dabei. Klar, die Mama von meinem Patenkind auch. Und dann haben wir da so eine Art Picknick gemacht auf dem Spielplatz. Und ja, sie meinte dann auch die ganze Zeit, jetzt machen wir ein bisschen Eis drauf. Ich hatte ja Eis dabei, aber das war viel zu schmerzhaft, da noch Eis drauf zu packen. Und die Alessia wollte das dann auch sehen. Ich habe dann erst die Mama von meinem Patenkind angeschaut. So auf die Art, also ist das jetzt in Ordnung, weil das sieht jetzt nicht so lecker aus. Sagt sie, ja, ja, die Alessia, die hält es aus. Das kannst du ihr ruhig zeigen. Ja, gut, dann habe ich es ihr gezeigt. Und die war auch die ganze Zeit so lieb, ne. Sie hat gesagt, sie hat alles okay bei dir, geht es dir gut? Ja, ja, komm weiter, ne. Auf, wir wollen jetzt zu den Löwen und so. Ja, und es war ein wirklich richtig schöner Tag. War richtig schön. Der Zoo hat dann um 19 Uhr zugemacht. Dann sind wir dann auch direkt heimgefahren. Und noch, ähm, als wir dort spazieren gegangen sind, habe ich schon den Max angerufen, habe gesagt, Max, wenn ich heimkomme, gehe ich dann doch mal in die Notaufnahme, ne. Weil das wird ja hier blitzeblau und es war auch total dick, der Finger. Ich sagte, ich gehe dann doch lieber mal, ne. Sagt er, ja, Mama, ist in Ordnung, hast du es endlich kapiert, ja. Sag ich, ja, ich gehe dann zum Arzt. Ob er dann eben in der Zwischenzeit den Liam nimmt. Mein Mann, der ist ja da, um die Uhrzeit noch arbeiten, ne. Naja, gut, äh, wir waren dann hier und dann bin ich um 9 Uhr ins Krankenhaus gefahren. Ja, die haben mich aufgenommen, haben dann aber direkt gesagt, hallo, äh, es wird dauern, hier ist die Hölle los. Ein Krankenwagen nach dem nächsten kam da an, klar, schönes Wetter. So haben die es mir erklärt, da gibt es eben einige, die sich verletzen beim Radfahren, beim Wandern, Schwimmbad, wo auch immer. Aber, also gut, dann habe ich gefragt, ob ich nochmal heim kann, ne, voll unverschämt. Meine Mutter auch auf Italienisch so, ja, ja, erst hast du schön deinen Tag verbracht und dann gehst du erst ins Krankenhaus, ne. Ja, ja, war natürlich nicht in Ordnung, das weiß ich auch. Und als der, ähm, Notarzt mich dann gesehen hat, also um 10 war ich dann nochmal, ähm, dort, hat er mich auch gefragt, ob das mein Ernst ist, ne. Nach so vielen Stunden erst zu kommen, nach so vielen Stunden wird auch nicht mehr genäht, da wird nur noch geschnitten, sagt er, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Und vor allen Dingen hat er mir eben auch nicht geglaubt, dass ich mich an einem Taco so heftig geschnitten habe. Also, ja, er hat dann gesagt, also, wissen Sie was, wir müssen jetzt erstmal die Ringe aufschneiden. Da habe ich den so angelacht, habe gesagt, das kann jetzt nicht ihr Ernst sein. Sagt er, doch, das ist jetzt mein Ernst. Doch, hat er gesagt, können wir das überhaupt nicht vorstellen, wie sowas funktioniert. Gut, da ist einer, der andere, also mein eigentlicher Ehering, der ist jetzt gerade auch verschwunden, auch, ja, da ist irgendwie der Wurm drin, ne. Vor allen Dingen der Mitarbeiter, der dann kam und mir meine Ringe aufgeschnitten hat, den habe ich dann auch angelacht und ihn gefragt, ob er jetzt, ähm, ja, sich bewusst ist, dass er jetzt quasi meine Ehe offen gewissen hat. Ich habe die ganze Zeit nur Quatsch gelabert in dieser Notaufnahme, echt. Ich habe die ganze Zeit versucht, diesen Schmerz und dieses, ja, alles zu überspielen. Das ist aber auch so meine Art, ne. Ich bin dann nicht so, dass ich ganz ruhig bin und, ja, ich habe die ganze Zeit erzählt und Quatsch geredet. Und dann habe ich zum Arzt gesagt, naja, Sie sind auch froh, wenn ich wiedergehe, ne. Und am Ende übrigens, als wir uns verabschiedet haben, habe ich zu ihm gesagt, jedes Mal, wenn er jetzt Taco isst, wird er doch bestimmt an mich denken. Sagt er, ja, ja, ich werde auf jeden Fall nur an Sie denken. Also, wie gesagt, wir hatten einen guten Draht. Naja, also, es kam dann erstmal die Betäubungsspritze. Richtig heftig, total schmerzhaft. Hätte ich niemals gedacht, dass sowas so schmerzhaft ist. Ich habe die Sterne gesehen, vor allen Dingen hat es ewig lang gedauert. Ich habe gedacht, weil dann ist der endlich fertig, ne. Und dann hat er da nochmal rumgestochert und noch richtig reingestochert. Also, ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Naja, gut, es hat geholfen, denn als der Mitarbeiter mir die Ringe aufgemacht hat oder aufgeschnitten hat, hat er mich so derartig verbrannt, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe absolute Brandverletzungen. Habe ich jetzt aber nicht fotografiert. Und das ist so ein Teil, das ist wie so eine Zange, wusste ich auch nicht, da geht man unter den Ring. Und da ist dann ein Rädchen dran, das natürlich ganz scharf ist, wie so eine kleine Säge. Und dann hat er alles gedreht und gedreht und gedreht, ne. So, ja, halbe Stunde. Währenddessen habe ich mich die ganze Zeit mit ihm unterhalten. Dann hat er angefangen. Also, erstmal ist er nochmal gegangen, hat mich eine Dreiviertelstunde alleine gelassen. Ich habe die ganze Zeit per WhatsApp mit meinen Mädels geschrieben. Mittlerweile war es Mitternacht. Und ich konnte das nicht glauben. Ich hatte halt einfach Angst, dass die Betäubung nachlässt. Ich hatte wirklich Angst, dass die Betäubung nachlässt. Da denke ich mir, ey, ich weiß genau, was der jetzt hier gleich machen wird, ne. Weil ich habe ja die Wunde gesehen und ich konnte es mir schon vorstellen. Weil er hat es mir ja dann vorher auch erklärt, was er da machen muss und so weiter. Und da kam alles nicht bei, weil halt so viel los war. Ja, ja gut. Und als er wieder kam, habe ich ihn angelastet. Sag ich, na, haben sie sich entschieden, mich jetzt doch zu behandeln. Also, wie gesagt, ich habe viel Spaß gemacht in dieser Notaufnahme. Und dann hat er angefangen und war eine Stunde beschäftigt an meinem Finger. Und das weiß ich nur deshalb so genau, weil mir gegenüber eine Uhr war. Und da habe ich die ganze Zeit hingeguckt. Und ich musste die ganze Zeit auch den Finger quasi, ich musste diese Bewegung machen. Ich hatte aber kein Gefühl. Und er musste ja schauen, ob die Sehne hier noch in Ordnung ist. Und er hat gesagt, nee, da stimmt was nicht. Das stimmt, die ist durch, ne. Ich dachte, um Gottes Willen, das fehlt jetzt auch noch. Und ich habe dann die ganze Zeit mit dieser Hand hier quasi diese Bewegung gemacht, die ich ja eigentlich mit der Hand machen sollte. Aber es ging halt echt eher schwer. Und jetzt noch das Lustige. Deswegen, das ist unglaublich. Er hat die ganze Zeit gesagt, so Frau. Da hat er die ganze Zeit meinen Nachnamen gesagt. Und er hat meinen Nachnamen besonders schön immer ausgesprochen. Und er sagte, so, und jetzt fester, fester, noch fester. Geben Sie alles, ja. Jetzt so im Nachhinein natürlich der Running Gag. Ich habe gedacht, ich werde da jetzt gleich gebären. So auf die Art, bist du im Krankenhaus. Ich bin ja immer nur im Krankenhaus, um Kinder zu bekommen. Und ja, es war in dem Moment echt lustig, weil ich ihm die ganze Zeit gesagt habe, ich gebe wirklich alles, ich gebe mein Bestes. Ich wollte dem halt auch irgendwie gefallen, so auf die Art, wie wir so nervig rüberkommen mit so einer blöden Geschichte. Vor allen Dingen, weil er ganz oft betont hat, dass es eine wirklich blöde Runde ist. Ja, jetzt klingelt es. Moment. Also, der Arzt hat quasi mit seiner Hand, ja, gegen den Druck, den ich ausüben sollte, ja, fungiert. Okay, das war gerade kein Deutsch. Also ihr wisst, wie ich meine. Er hat halt diese Handbewegung gemacht, um zu schauen, ob ich hier genug Widerstand leisten kann. Und das war super unangenehm. Es hat total lang gedauert, weil er das halt die ganze Zeit auch betont hat. Fester und jetzt drücken sie. Und ich habe den angeschaut, so, ich gebe wirklich mein Bestes. Und er hat halt die ganze Zeit auch betont, wie blöd die Wunde ist. Ja, mein Gott, eine blöde Wunde, eine blöde Wunde. Und dann ist der halt die ganze Zeit auch mit dem, ja, mit dem Teil so rein und hat da lang gestrichen und hat da wahrscheinlich versucht, das Blut rauszumachen. Keine Ahnung. Aber das Problem war eben, dass ich, also die Handbewegung, die ich gemacht habe, ich wollte ja keinen Zeber nehmen. Deswegen habe ich die saubere Socke genommen und habe die drum gewickelt, also quasi Druckverband gemacht. Aber die Haut, die noch übrig war, habe ich so fest dran gedrückt, dass sich unten drunter natürlich einiges gesammelt hat, ne, an Blut und Flüssigkeit. Und meine Angst dann natürlich nachts irgendwann schon, die war, dass ich gedacht habe, jetzt bekomme ich vielleicht eine Blutvergiftung, ne. Das war ja letztendlich auch der Grund, warum ich in die Notaufnahme bin und auch, weil meine Freundinnen, ja, mehrfach gesagt haben, dass es doch besser wäre. Also sie haben mich eigentlich gezwungen. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, dass ich überhaupt keinen Bock habe. Also das habe ich bestimmt in der Zeit 20.000 Mal auf WhatsApp geschrieben, ne. So, kein Bock. Ich habe keinen Bock. Ich fahre jetzt heim. Ich fahre jetzt heim. Leute, ich fahre jetzt heim, vor allen Dingen, weil ich halt auch so lange gewartet habe. Aber gut, wenn da viel los ist, dann ist das halt so, ne. Ja. Und dann hat er, also er war total unentschlossen, was er jetzt machen soll, ob er nähen soll, ob er abschneiden soll, das Stück. Und hat dann auch mehrfach an Kollegen zu Rate gezogen. Die haben das dann so mitgehört. Und dann sagt er, ja, was meinen Sie? Hm, soll ich es jetzt abschneiden oder nicht? Sag ich, ja, bin ich jetzt hier der Arzt oder Sie? Ich sag, hä, keine Ahnung. Ja, machen Sie halt. Und ja, im Endeffekt hat er es dann doch ganz schön viel abgeschnitten. Weil er wusste auch nicht, wie er da jetzt drankommt. Ich habe das so richtig gemerkt, dass er da am Überlegen ist. Deswegen hat es ja auch so lange gedauert. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat dann doch genäht, ein bisschen nur. Und ja, dann wurde ich quasi mit meinem Brief unter Tetanus am Schluss, da musste ich nochmal zurück, hatten Sie nämlich auch vergessen. Ich war schon am gehen. Ja, kommen Sie nochmal zurück, Sie brauchen noch Tetanus. Okay. Antibiotikum verschrieben bekommen. Dann durfte ich gehen. Antibiotikum verursacht unfassbar starke Kopfschmerzen. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Ich war dann um kurz vor zwei, glaube ich, zu Hause. Und meine Freundin hat mich heimgefahren, die übrigens drei Stunden vor der Notaufnahme auf mich gewartet hat. Unglaublich. Ich habe auch die ganze Zeit geschrieben, dass sie bitte schon heimfahren soll. Ich hatte ein absolut schlechtes Gewissen. Aber draußen waren ganz viele andere, die gewartet haben. Wie gesagt, es war viel los. Und die haben sich da die ganze Zeit unterhalten. Also die Zeit verging wohl ganz schnell für sie, hat sie mir so gesagt. Vielleicht hat sie es nur gesagt, weil sie nicht wollte, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Oh Gott, die Arme. Ja, hat mich dann heimgefahren, habe ich noch Tabletten genommen. Vor allen Dingen hat der Arzt gesagt, ja, sie werden heute Nacht sehr starke Schmerzen haben. Weil ich ihn gefragt habe, ob ich Schmerzen haben werde, wenn die Betäubung nachlässt. Und ich die ganze Zeit in der Nacht auf diesen Schmerz gewartet. Ich konnte mich natürlich nicht entspannen. Aber es hielt sich in Grenzen. Und hier muss ich natürlich auch weitermachen. Ganz logisch. Es ist mit links natürlich alles viel, viel schwerer. Aber wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Vielleicht auch als Tipp für euch. Wenn man die Sinne, also wenn man alles so gewohnt ist und den gewohnten Ablauf, Zähneputzen mit rechts, Gesicht waschen. Das ist wirklich schwer mit links. Also wenn man nicht Linkshänder ist. Jetzt zu schreiben. Mach das mal. Dann kann man nämlich auch mal die Sinne weiter trainieren. Ja, nicht immer nur so den einfachen Weg. Aber ja gut, wenn man gestresst ist und alles immer schnell, schnell machen möchte wie ich, ist es echt blöd mit links. Ja, das war die Geschichte dazu. Also Fehler gemacht, dass ich nicht sofort den Ring abgezogen habe. Fehler Nummer eins. Oder Fehler Nummer eins eigentlich, dass ich nicht sofort zum Arzt gegangen bin. Dann nicht sofort den Ring abgezogen habe. Das ist auch das, was der Notarzt gesagt hat. In jedem Fall. Egal, wie schwer man sich verletzt. Wenn es nur ein Stich mit einem Schraubenzieher ist. Sofort alles runter. Sofort alles runter. Das kann so böse ausgehen. Der Grund, warum ich dann auch noch ins Krankenhaus bin, war, dass ich kurz bei meinem Bruder vorbeigefahren bin in die Pizzeria. Und die Köche dann schon so, ey, was hast du denn da? Warum stehst du so komisch da? Ich sage, nix ist schon in Ordnung. Und da war ein junger Mann hinter mir, der auf seine Pizza gewartet hat. Und der hat mir seine Narbe gezeigt. So groß, total dick, Blutvergiftung. Weil er sich eben ein Schraubenzieher, der ist ein Mechatroniker, keine Ahnung, wie sich der Beruf nennt, in der Werkstatt. Und da hat er sich ein Schraubenzieher nur ganz leicht. Also ganz leichte Verletzungen. War am nächsten Tag auch im Krankenhaus. Hat er sich eine bitterböse Blutvergiftung eingefangen. Und wurde dann sogar notoperiert. Da musste alles dann, keine Ahnung, da hat es mir erzählt. Irgendwann habe ich abgeschalten. So, okay, ich fahre ins Krankenhaus. Ich fahre jetzt gleich ins Krankenhaus. Ja. Ich wollte einfach nochmal die Bestätigung bei meinem Bruder haben. So, ja, was meinst du denn? Sagt er, ey, schau zu, dass du da sofort hinfährst. Naja, hätte ich mir ja auch selbst denken können. Aber ich war da halt in meiner Welt und wollte, dass das, oder habe gedacht, das wird sowieso von ganz alleine wieder verheilen. Naja, gut. Lange Rede. Ich nehme fleißig mein Antibiotikum weiter. Schau zu, dass ich meinen Finger hoffentlich irgendwann wieder gestreckt bekomme. Das ist nämlich meine Sorge. Weil ich ja auch die ganze Zeit die Schonhaltung habe. Also ich mache die ganze Zeit so mit dem Finger. Ich kann ihn nicht strecken. Da fehlt einfach viel zu viel Haut. Ja, Narbe wird bleiben. Und Ehering, meine Güte, ne. Also da habe ich auch noch zu dem Arzt gesagt, naja, das war ein teurer Taco, ne. Sagt er, ja. Was hat denn ihr Ehering gekostet? Habe ich ihn im Preis genannt. Sagt er, oh, das war ein wirklich teurer Taco. Ja, naja. Kann man dann hoffentlich wieder reparieren. Wir werden es sehen. Ja, keine Ahnung. Das ist das geringste Problem, wirklich. Also, bitte meine Lieben, falls ihr euch verletzt, schaut zu, dass ihr am besten vielleicht direkt zum Arzt geht, ja. Ringe abnehmt und auf euch achtet. Nicht so wie ich. Aber es war ein wirklich schöner Tag im Zoo. Also, das war die Geschichte. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte vergessen, aber ich habe auch wieder schön ausgeholt. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn ihr Tacos esst, könnt ihr ja mal an die Heidi denken, die so, ähm, ja, so ein kleiner Pechvogel ist, ne, beziehungsweise so tollpatschig, dass man sich so verletzen kann. Kann wahrscheinlich nur mir passieren. Jetzt blende ich euch noch die Bilder ein. Also, wir fangen, glaube ich, erst mal harmlos an mit der Ringgeschichte, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Ich wusste nicht, wie das aussieht, beziehungsweise wie das dann gemacht wird. Also, ganz am Anfang, als dieser Hautlappen weggehangen war, habe ich kein Bild gemacht. Erst dann, zehn Stunden später in der Notaufnahme, als es schon wieder dran war. Also, das sieht gar nicht so wild aus, würde ich jetzt mal sagen. Aber am Ende dann, als er fertig war, sah es nicht mehr so appetitlich aus. Also, das blende ich euch jetzt ein. Bis zu, steht hier. Und dann verabschiede ich mich noch im Anschluss von euch. Ja, bleibt auf jeden Fall noch dran für mein Auto. Also gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst wieder. Mit einem gesunden Finger. Macht's gut. Tschüss.